So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich ist ja heute Raider Mittwoch dran und heute wird es auch noch Raider Mittwoch geben, aber dann 15 Uhr. Weil 15 Uhr sollen eigentlich die Pokémon-Videos kommen. Gestern wurde der neue C-Day aber angekündigt, was ein wiederholter C-Day ist, also ein C-Day Classic. Und das möchte ich heute für 10 Uhr trotzdem noch fix als Info raushauen. C-Day Classic, man kennt es, hat wie ganz normale C-Days, die ursprünglich da waren, nicht viele Boni, aber ganz coole Pokémon meistens. Denn bisher, wenn was wiederholt wurde im C-Day Classic, waren das wirklich nützliche, starke Pokémon wie eben auch Lavita oder Glumanda. Glumanda unterschätzt das nicht mit seiner Mega-Entwicklung, passt immer. Auch Lavita hat natürlich eine Mega-Entwicklung und auch Kindwurm, um den es jetzt geht, hat aber auch eine Mega-Entwicklung. Kindwurm finde ich auf jeden Fall cool. Ich bin mit Kindwurm an sich aber eigentlich durch. Für mich war zum Beispiel die Frage, was ist denn ein guter Drachenangreifer? Setze ich jetzt eher auf Dragoran, setze ich jetzt eher auf Bruderlanda? Aber Bruderlanda hat ja eben auch noch eine Mega-Entwicklung. Wenn es um Kryptos geht, müsste wohl auch Krypto-Bruderlanda die Nase vor Krypto-Dragoran haben. Problem war bei Krypto-Bruderlanda und dem ganzen anderen Zeug, du brauchst Bruderlanda halt wirklich mit seiner C-Day-Attacke Wutanfall. Weil Drago-Meteor ist da nicht so gut, Wutanfall ist eben besser. Dragoran könntest du jederzeit entwickeln, denn da war die C-Day-Attacke Drago-Meteor und die hast du nicht gebraucht. Ich habe mir mittlerweile eine 6er-Armee Bruderlanda zusammengeprügelt. Eins habe ich dann auch vielleicht mal für eine Mega-Entwicklung oder so. Und ja, Shinies sind mir wurscht. Bonbons bin ich fertig, XL bin ich fertig. Ich brauche eigentlich nichts, aber werde den C-Day natürlich trotzdem spielen, weil ich jeden C-Day spiele. Community Day Classic im April 2024. 20. Kindwurm, das ganze Ding am 7. April. Heute ist der 20.3. am 7. April, wieder an einem Sonntag, 14 bis 17 Uhr. Kindwurm erscheinen also vermehrt mit einer erhöhten Schein-Rate natürlich, exklusive Attacke. Wutanfall steht hier wieder dabei. Wenn ihr noch unentwickelte Kindwürmer habt, könnt ihr die ja glaube ich dann an dem Tag entwickeln. Und dann hat das auch Wutanfall. Also vielleicht habt ihr in der Vergangenheit mal ein gutes gesammelt mit gutem IV und wollt euch jetzt noch ein fettes Bruderlanda machen. Es wird wieder eine Spezialforschung geben für einen US-Dollar oder halt für 99 Cent bei uns. Eigentlich sind wir doch immer teurer. Bei uns müssten das gleich 10 Euro sein, weil wir immer teurer sind, als wenn da Dollar steht. Wenn jemand die Spezialforschung giftet, dann werden wir die im Stream natürlich wieder lösen unterwegs. Brauchst du an sich nicht, aber ich würde mir sowas immer holen, weil es ist einfach das, was du kriegst in der Forschung, passt. Event Boni haben wir hier, neben natürlich Rauch und Log-Modul 3 Stunden, einen einzelnen Bonus und zwar dreifache Fang-EP. Das war ja bei den Classic Seedays immer so, es gab immer Rauch, Log-Module, eine Attacke und einen Bonus. Und alle haben immer auf den Bonus gegeiert. Der ist diesmal dreifache Fang-EP. Manchmal gibt es ja auch vermehrt Staub oder halbierte Brüh-Distanz. Bei den richtigen Seedays, die wir haben, die nicht Classic sind, habt ihr aber auch immer noch einen zusätzlichen Spezialtausch. Weniger Staubkosten für Trades, dann mehr XL-Bonbons, dann dies und das. Es sind also viel mehr Sachen dabei, aber hier bei den Classics geht es wirklich nur um einen einzelnen Bonus. Es wird Feldforschungsaufgaben geben, das wisst ihr ja auch, da könnt ihr weiteren Kind-Fürmern begegnen oder eben Staub-Superbälle und so erhalten. Pogestop-Showcases sind auch wieder da, da freue ich mich. Zum Seedays, du gehst raus und fängst aktuell und setzt dann da dein Bestes rein oder dein Größtes. Das macht immer Spaß. Dann wird es wieder Eventboxen geben, interessiert mich nicht. Webstore, interessiert mich nicht. Sucht ihr nach einer Gruppe, interessiert mich nicht. Der letzte Seeday war ja zusammen englischer Garten. Der letzte Seeday war ja zusammen mit Silvio, mit Stefan Landei und der Landei-Frau. Plus Pupsi, diesmal wird es wahrscheinlich wieder mit Pupsi dann alleine sein. Ich wüsste jetzt nicht, dass es am 7. April irgendwas anderes ist oder da irgendwie noch jemand da ist. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Bock auf den Seeday Classic mit Kind-Wurm? Ist auf jeden Fall ein nützliches Pokémon. Sammelt da noch Bonbons, sammelt da noch ein paar Exemplare. Gönnt euch Shinies, tauscht wie verrückt, holt das Beste raus. Das Ding ist auf jeden Fall genial. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses oder bis 15 Uhr zu Raider Mittwoch.